Hallo, ich bin Robina Wetzlar, ich bin 22 Jahre alt und jetzt seit einem Jahr als studentische Beraterin im Wissensmanagement bei myConsult. Ich habe bereits im Bachelor in Richtung Wirtschaft und Management studiert und hatte dann den Wunsch, mich weiter in die Richtung zu spezialisieren. Persönlich habe ich großes Interesse an internationalen oder übergreifenden Zusammenhängen und vor allen Dingen auch interkultureller Zusammenarbeit und dann habe ich mich für den Master entschieden. Ich habe bereits in diversen Kontexten kennengelernt, dass sowohl Digitalisierung als auch Nachhaltigkeit leider keine Selbstverständlichkeit in der Wirtschaft sind, aber trotzdem sind das meiner Meinung nach zwei der großen Herausforderungen unserer Zeit und der Zukunft, die ich gerne, wo ich gerne mein Möglichstes tun würde, die mitzugestalten und dabei sehe ich auch vor allen Dingen das Ziel einer nachhaltigen und fairen Wirtschaft. Bei myConsult gefällt mir vor allen Dingen die sehr familiäre Atmosphäre, die gute Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und meinen Kollegen und auch, dass myConsult eine fortschrittliche, kreative, moderne Organisation ist. Wissensmanagement ist ja so ein bisschen das, was das Unternehmen im Hintergrund, aber auch im Vordergrund zusammenhält und dafür sorgt, dass Wissen strukturiert ist, dass es auffindbar ist für alle. Ich persönlich unterstütze dabei viel in der Arbeit mit unserem internen Wissenssystem Confluence, beim Onboarding neuer Mitarbeitender, aber auch vor allen Dingen in der Organisationsentwicklung unterstütze ich zum Beispiel bei internen Projekten wie unserem OKR Projekt. Na gut, der Grundschule wollte ich Lehrerin werden, das findet sich jetzt nicht so wirklich in meinem Studium wieder. Es sei denn, man möchte vielleicht den Bereich Management so ein bisschen als Analogie wiederzusehen. T. Frühjahrvogel. Buch. Ähm, Film. Mh, definitiv kein Film. Jaime. Madame. Timothy. carro. суп – onta même mars